Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Hier haben wir die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften, Drucksache 20-2545, zu Drucksache 20-1644. Wir haben eine Redezeit von 7,5 Minuten vereinbart. Ich darf zunächst der Berichterstatterin, das ist die Kollegin Goldbach, das Wort erteilen. Frau Kollegin, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften wurde dem Innenausschuss in der 27. Plenarsitzung am 11. Dezember überwiesen. Der Innenausschuss hat am 6. Februar 2020 zu dem Gesetz eine öffentliche, mündliche Anhörung durchgeführt. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 21. Sitzung am 12. März 2020 beraten und folgende Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20-2541 in zweiter Lesung anzunehmen. Zuvor wurde der Änderungsantrag Drucksache 20-2538 abgelehnt und der Änderungsantrag Drucksache 20-2541 wie gesagt angenommen. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach, für die Berichterstattung. Wir kommen dann zur Aussprache. Ich darf als erstem Redner dem Kollegen Bauer für die Fraktion der CDU das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege Bauer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der hierzu beratende Gesetzentwurf bringt zahlreiche Erleichterungen für die kommunalpolitische Praxis. Er bringt eine Modernisierung wahlrechtlicher Vorschriften und er bringt auch eine Verbesserung für die politische Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern. Der ergänzte Änderungsantrag präzisiert die Wählbarkeit von Gemeindebediensteten. Er aktualisiert die Kriterien einer Sonderstatusstadt und schafft auch Klarheit im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Bearbeitung von Bezügen, Beihilfen und Versorgung mit Blick auf das Umsatzsteuerrecht. Im Anschluss an diese Debatte gibt es eine weitere Initiative zur Veränderung der Hessischen Gemeindeordnung, auf die ich nicht eingehen möchte, weil sie später beraten und vorgestellt wird. Es wird eine Ermöglichung von Eilentscheidungen geben, und auch die Verschiebung der Bürgermeisterwahlen werden dort zum Thema gemacht. Der jetzt zu beratende Gesetzentwurf enthält, wie gesagt, zahlreiche Verbesserungen, die in den Anhörungen weitestgehend unstreitig waren. Zum einen werden die Kommunen bei der Erstellung des Haushalts von Bürokratie entlastet, und sie erhalten künftig für die Erstellung ihres Gesamtabschlusses klare Vorgaben. Kleinere Kommunen, unter 20.000 Einwohnern, werden sogar von der Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses befreit. Wir erleichtern die Gremienarbeit mit der Erlaubnis der Nutzung von E-Mails, der Teilnahme von Mitarbeitern bei nicht öffentlichen Sitzungen, und wir führen auch wieder eine Fraktionsmindeststärke für mindestens drei Mitglieder in Städten von über 50.000 Einwohnern ein. Wir wollen die Gemeindefusion erleichtern, indem wir den Betroffenen einen Anspruch einräumen, für den Rest ihrer Amtszeit als hauptamtliche Beigeordnete in der aufnehmenden oder neu zu gliedernden Gemeinde tätig zu werden. Das Wahlrecht wird auch den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Hier erfolgt eine Verkürzung der Mindestwohnsitzdauer für das aktive Wahlrecht von bisher drei Monaten auf sechs Wochen und für das passive Wahlrecht von sechs Monaten auf drei Monate. Das sind alles gute Entscheidungen und gute Verbesserungen im Interesse der Kommunen und der dort aktiven kommunalpolitisch Tätigen. Meine Damen und Herren, ein streitiges Thema war in der Tat die Neuordnung und Verbesserung der Partizipation ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wenn man sich die Wahlbeteiligung der Ausländerbeiräte anschaut, dann ist in den letzten Jahren das kontinuierlich zurückgegangen. Sie hat bei der letzten Wahl mit lediglich sechs Prozent einen historischen Tiefstand erreicht. Außerdem konnte in jeder dritten Gemeinde, die zur Durchführung von Ausländerbeiratswahlen verpflichtet war, mangels Wahlvorschlägen kein Ausländerbeirat gebildet werden. Wenn es so nicht bleiben soll, dann muss sich etwas ändern. Wir Christdemokraten wollen da etwas ändern, und wir wollen auf keinen Fall eine Veränderung bei der Frage, ob Ausländerbeiräte weiter existieren soll. Wir wollen sie sogar stärken. Aber wir wollen eine weitere Option einführen, indem wir eine Integrationskommission ermöglichen. Das verbessert die Position der Ausländerbeiräte und verschlechtert sie nicht. Diese Auffassung teile ich nicht alleine, denn bei genauer Lektüre kann man auch in der Anhörung feststellen, dass zumindest die Kommunalen Spitzenverbände – das sind ja die Partner, das sind ja die Akteure vor Ort, wo die Partizipation möglich sein soll – die Ausländerinnen und Ausländer sollen sich ja vor Ort partizipieren und in die Gremienarbeit einbringen. Deshalb darf ich durchaus erwähnen, was denn die Kommunalen Spitzenverbände zu unserem Vorschlag gesagt haben. Herr Gisler vom Hessischen Städtetag sagt in der mündlichen Anhörung, Seite 9, nun komme ich zum Kernthema, das sie wohl am meisten berührt. Sicher auch emotional, nämlich die Ausländerbeiräte. Da kann ich es relativ knapp machen. Der Gesetzgeber, also die antragstellenden Fraktionen, will, dass eine Option geschaffen wird. Gegen Optionen haben die Kommunen grundsätzlich nichts einzuwenden. Wenn es der Stadtverordnetenversammlung obliegt, eine Entscheidung darüber herbeizuführen, darf ich Ihnen schon das Feedback geben, dass man sich in einigen Städten bereits damit auseinandergesetzt hat. Zuletzt habe ich das von Offenbach gehört, und die werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ihren Ausländerbeirat behalten und andere große Städte werden das ebenfalls tun. Ich gehe davon aus, dass diese Option nur in den Fällen gezogen wird, in denen es organisatorisch und inhaltlich angemessen ist. Insofern begrüßen wir die Gesetzesinitiative. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das sagt eigentlich alles aus, denn hier wird der Kern des Veränderungstatbestandes treffend beschrieben. Es ist eine Verbesserung, eine Ermöglichung für die kommunale Seite, hier Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen. Die von der Opposition bewusst geschürte Angst einer Abschaffung von Ausländerbeiräten ist schlicht unbegründet. Dieser Gesetzentwurf stärkt die Position der Ausländerbeiräte. Wir haben mit der Zusammenlegung der Wahltermine und mit der Anführung eines Antragsrechts zwei wesentliche Forderungen der AGA umgesetzt. Auch die von der AGA selbst herbeigeredete Schwächung ihrer Arbeit aufgrund der jetzt geschaffenen Ermöglichung einer Integrationskommission kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Sie zeugt von wenig Selbstbewusstsein. Wir wollen und wir werden die Ausländerbeiräte nicht abschaffen. Sie haben eine wichtige Aufgabe, und sie leisten vor Ort einen wesentlichen Beitrag und eine wertvolle Arbeit. Es gibt aber auch Beispiele, wo das gemeinsame Miteinander von fachlich betroffenen, sogenannten sachkundigen Bürgern und Vertretern der Kommunalpolitik in einer Kommission ganz hervorragend funktioniert und zu guten Ergebnissen vor Ort führt. In der HGO ist klar geregelt, dass einer Integrationskommission die gleichen Rechte und Aufgaben zustehen. Sie besteht aus mindestens der Hälfte aus ausländischen sachkundigen Einwohnern einer Kommune. Sie stellen auch den Co-Vorsitzenden in dem Gremium. Sie tagen mindestens viermal im Jahr. Öffentliche Beratungen sind möglich. Die Gemeindevertretung erhält einmal im Jahr in öffentlicher Sitzung einen Jahresbericht oder einen Tätigkeitsbericht. Die Kommissionsmitglieder sollen in der Pluralität der Gemeinde abgebildet werden. Sie werden zunächst benannt und in der Gemeindevertretung gewählt und somit auch indirekt legitimiert. Meine Damen und Herren, was will man alles mehr? Es ist ein wunderbares, kompetentatives Gremium, das das Ganze als Auswahlmöglichkeit ergänzt und eine weitere Beteiligungsform schafft. Es ist eine Verbesserung des Status quo. Ich bin ganz davon überzeugt, dass diese neue Beteiligungsform eignet sich ganz besonders dazu, einen integrationspolitischen Ansatz zu fahren, bei dem es um ein Miteinander an einem Tisch ankommt, ein Miteinander zwischen den etablierten Vertretern der Gemeindeorgane und den sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern. Das ist eine neue Form. Ich glaube, dass dieses Optionsmodell, wenn wir es dann auch umsetzen, auch zur Folge hat, dass künftig in allen Pflichtgemeinden mit mehr als 1.000 ausländischen Einwohnern – das werden voraussichtlich über 170 sein – bei der nächsten Wahl, dann passiert in diesen Gemeinden eine Interessensrepräsentation ihrer Bürgerinnen und Bürger, entweder in der Form eines Ausländerbeirats oder in der Form einer Integrationskommission. Somit gibt es am Ende ein Mehr und nicht ein Weniger an politischer Partizipation. Zum Schluss sei noch der Hinweis an die jetzt gleich folgenden kritischen Stimmen aus dem Oppositionslager gestattet. Schauen Sie doch bitte einmal ohne Scheuklappen auf die Kommunalverfassungen in anderen Bundesländern, in denen Sie teilweise selbst oder zumindest mitregieren. In keinem anderen Bundesland gibt es eine so weitreichende Partizipationsmöglichkeit für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger wie in Hessen. Vielfach läuft es anderswo auf freiwilliger Basis, das heißt, es bleibt den Kommunen selbst überlassen, ob und in welcher Form der Interessenvertretung oder Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt wird. Nur in Hessen werden die Kommunen bereits ab 1.000 ausländischen Mitbürgern innerhalb der Einwohnerschaft dazu verpflichtet, einen Ausländerbeirat mit weitreichenden Befugnissen nach Möglichkeit zu wählen oder auch einzurichten. Wir gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter, denn wir schaffen mit unserem Vorschlag einer Integrationskommission auch die Möglichkeit zur Mitwirkung für ausländische Mitbürger in den Städten und Gemeinden, wo es bisher aus unterschiedlichen Gründen zu keinem Ausländerbeirat kam. Ich wiederhole mich gerne zum Schluss. Das ist mein letzter Satz. Es gibt mit unserem Gesetzentwurf am Ende mehr Partizipation und nicht weniger. – Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. – Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Kollege Pürsün. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die im Innenausschuss erfolgte Anhörung zeigt, dass wir nicht die Einzigen sind, die den schwarz-grünen Vorschlag für falsch halten. Insbesondere die, die es betrifft, die kommunalen Ausländervertreter, die Ausländerbeiräte, die AGA, aber auch die Evangelische Kirche Hessen, der Parität, der Landesfrauenrat und zahlreiche mehr lehnen das sogenannte schwarz-grüne Optionsmodell ab. Das, meine Damen und Herren, sollte uns und damit auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und der GRÜNEN, zu denken geben. Was wir brauchen, ist keine Abschaffung der politischen Partizipation der Ausländer, sondern eine Stärkung eben dieser. Ich möchte an dieser Stelle nicht wiederholen, weshalb der schwarz-grüne Gesetzentwurf aus unserer Sicht eine Zumutung ist. Vielmehr möchte ich zwei Sätze aus der Stellungnahme der kommunalen Ausländervertretung der Stadt Frankfurt zitieren. Die Möglichkeit einer demokratischen Wahl ist mehr als nur ein Symbol der politischen Partizipation. Sie bedeutet vor allem für die Nicht-EU-Auswähler einen Schritt zur Anerkennung, zum Respekt. Respekt und Anerkennung. Wir haben heute der Opfer von Hanau und Volkmausen gedacht. Wir führen Debatten darüber, wie wir unsere Demokratie stärken und Extremismus bekämpfen können. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und der GRÜNEN, wollen die Ausländerbeiräte abschaffen. Das ist inkonsequent. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Was dem schwarz-grünen Entwurf zugute zu halten wäre, ist, dass Gemeinden, in denen es nicht zur Wahl eines Ausländerbeirats kommt, nun eine Integrationskommission einsetzen müssten. Das können Sie aber jetzt schon. Aber dort, wo sich ein Ausländerbeirat bildet, soll dieses direkt gewählte Gremium bitte nicht durch eine mittelbar ausgewählte Kommission ersetzt werden können. Diese Ausländerbeiräte gilt es zu stärken und zu unterstützen. Jetzt erhält die Kommission ein Antragsrecht, das den Ausländerbeiräten bisher verwehrt geblieben ist. Wie allerdings dieses Antragsrecht der Kommission, die eben nicht aus demokratisch direkt gewählten Mandatsträgern bestehen muss, rechtlich wasserdicht gemacht werden soll, erläutern Sie nicht. Möglich, dass es dann gar nicht eingeräumt wird. Sie wollen doch die politische Teilhabe der ausländischen Bürger stärken. Diese dann eingesetzte Kommission wird nach dem schwarz-grünen Vorschlag nun an den Gemeindevorstand angedockt. Diese Bindung ist also alles in allem eine Herabstufung. Was wir aber brauchen, ist eine Aufwertung. Wir haben mit der Metropolregion Frankfurt und dem gesamten Rhein-Main-Gebiet gerade in Hessen viele zugewanderte Menschen. Wir werden auch in Zukunft weiter Zuwanderung haben und sollten als Vorbild vorangehen. Politische Partizipation durch Wahlen ist demokratische Wertschätzung, nicht der Einsatz einer Kommission. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute eingehend über das aktuell unser aller Leben bestimmte Coronavirus gesprochen. Die Gelegenheit, all denen zu danken, die dafür sorgen, dass die Hessen auf Versorgung vertrauen dürfen. Das sind die, die die medizinische Versorgung gewährleisten, die täglich unsere Eltern und Großeltern pflegen, die unsere Online-Bestellungen und die Post ausliefern, die die Supermärkte beliefern, im Übrigen auch mit wertvollem Toilettenpapier, die an der Kasse im Supermarkt sitzen und die unsere Essensbestellung ausfahren. Genau diese Menschen, von denen nicht wenige nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, brauchen Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der CDU und der GRÜNEN, Ihrer politischen Partizipationsmöglichkeit. Der Gesetzentwurf trägt den Titel Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern in der Kommunalpolitik. Klingt gut, hält aber null, was es verspricht. Die politische Teilhabe wird nicht verbessert. Im Gegenteil, sie wird begrenzt. Hören Sie auf, den Bürgerinnen und Bürgern einen Bären aufzubinden. Treten Sie stattdessen in Dialog, den Sie versprochen haben, mit den Ausländerbeiräten. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass die Wahlbeteiligung steigt. Lassen Sie uns daran arbeiten, dass sich mehr Ausländerinnen und Ausländer politisch engagieren. Machen wir die Wahllisten voll und motivieren wir die Menschen, sich einzubringen. Gerade jetzt, in Zeiten, in denen sich die rechtsextremistischen Gewalttaten mehren, ist das so wichtig wie lange nicht mehr. Daher appelliere ich heute nochmals an Sie, die Ausländerbeiräte nicht abzuwerten, sondern gemäß dem Koalitionsvertrag zu stärken und ihre Abschaffung nicht möglich zu machen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Danke schön, Herr Kollege. – Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Sönmez. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zuvor muss ich anmerken, dass es eigentlich unerhört ist, dass die Regierungskoalition trotz der momentanen Situation heute über Ihr Gesetz debattieren will. Ich meine, es mutet fast so an, als wollten Sie ohne großes Aufsehen und ohne öffentliche Aufmerksamkeit Ihr Gesetz durch das Parlament, das mit Krisenbewältigung beschäftigt ist, jetzt durchjagen. Ich meine, es ist aber verständlich, weil Sie etwas Neues haben Sie nicht zu sagen und streiten eigentlich all das, was in der Anhörung von Betroffenen, von Wohlfahrtsverbänden, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesagt wurde, haben Sie einfach ausgeblendet, haben Sie hier nicht erwähnt, haben Sie sich letztendlich nur auf eine einzige Aussage berufen, und somit die ganze Kritik, die an Ihrem Gesetz geübt wurde, haben Sie einfach ignoriert. Das spricht eigentlich schon Bände in Bezug auf das, wie hoch Ihr Interesse an der politischen Beteiligung von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist. Wie gesagt, in der Anhörung wurde es mehrmals gesagt, von Wohlfahrtsverbänden, von Ausländerbeiräten usw., dass Ihr Gesetz eben das Ziel der politischen Teilhabe von ausländischen Menschen, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, damit nicht erreicht wird. Ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren. Frau Goldbach und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, Sie bestehen weiterhin darauf, dass Integrationskommissionen die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund verbessern. Das geht aber komplett völlig an der Realität vorbei. Ich meine, Sie können auch nicht erklären, und es gibt dafür auch keine vernünftige Erklärung, wie das denn gehen soll. Wie soll es gehen, dass eine durch Fremdbestimmung zusammengesetzte Kommission die migrantische Bevölkerung tatsächlich repräsentieren soll? Das müssen wir uns erst einmal erklären. Politische Teilhabe bedeutet, dass die ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner auf die politischen Entscheidungsprozesse so direkt wie möglich Einfluss nehmen können. Die Lücke zwischen den in einer Kommune lebenden Menschen und den an den Entscheidungen beteiligten Menschen klafft aber immer weiter auseinander. Dieser Tatsache muss man auch entgegensehen. Hier muss dringend ein Umdenken stattfinden, meine Damen und Herren. Wir wissen alle, dass tatsächliche Integration auf kommunaler Ebene beginnt. Das Erste, womit sich Mitglieder in einer Gesellschaft identifizieren, sind nun einmal die Viertel, die Kommunen und die Gemeinden, in denen sie den großen Teil ihres Lebens verbringen. Verwehrt man aber nun einen beachtlichen Teil der Gemeinden das politische Mitspracherecht, so ist dies mit Sicherheit ein Pflasterstein auf dem Weg eben ihrer Entfremdung von der Gesellschaft, in der sie leben, meine Damen und Herren. Doch statt sich für echte Teilhabe einzusetzen, also für Wahlrecht für alle zu kämpfen oder zumindest die Ausländerbeiräte wirklich zu stärken, was in ihrer Macht stünde, kommen Sie jetzt zum zweiten Mal wieder mit Ihrer Integrationskommission um die Ecke. Das Erste, was aber gemacht werden müsste, ist, die Wahlen zu den Ausländerbeiräten mit viel mehr Ressourcen unterstützen. Die lächerlichen 2.500 €, die Sie der AGAR zur Verfügung stellen, die langen hinten und vorne nicht aus, um ein vernünftiges Wahlprogramm auf die Beine zu stellen, meine Damen und Herren. Zudem haben sehr viele Ausländerbeiräte noch nicht einmal ein eigenes Etat. Es fehlt ihnen an personellen Ressourcen, es fehlt ihnen an räumlichen Ressourcen und an der notwendigen Einbindung und Anerkennung innerhalb der Gemeindevertretung, meine Damen und Herren. Dem muss so schnell wie möglich entgegengewirkt werden, indem man Ausländerbeiräte vor Ort unterstützt. Genau diejenigen Gemeinden, über deren geringe Teilnahme an Ausländerbeiratswahlen und über deren mangelnde Listenaufstellung Sie sich beklagen, würden diese Unterstützung dringend benötigen. Aber in diese Richtung wurde bei Ihrem Gesetzentwurf nicht gedacht, und das wollen Sie immer noch nicht machen. Tatsächliche Partizipation kann aber nur gelingen, wenn Politik eben nicht nur für, sondern auch von Migranten gemacht wird, meine Damen und Herren. Es muss endlich Schluss sein damit, Menschen mit Migrationshintergrund zu Objekten der Politik zu machen und zu deklassieren, sondern sie müssen es endlich zulassen, dass sie mitgestaltende, mitbestimmende Subjekte innerhalb dieser Gesellschaft werden. In den letzten Wochen und auch heute wurde immer wieder beteuert, ausländische Mitbürger sind Teil der Gesellschaft, sie sind keine Fremden, sie sind hier zu Hause. Ja, dann lassen Sie diesen Worten aber auch Taten folgen, meine Damen und Herren. Dann behandeln Sie diese Menschen nicht mehr als Fremde, und hören Sie vor allem endlich auf, sie andauernd zu bevormunden. Meine Damen und Herren, wie viel Demokratie ein Land wagt, wird auch an den politischen Partizipationsmöglichkeiten seiner ausländischen Bevölkerungsgruppen abgelesen. Aber wir müssen leider feststellen, in unserem Land gibt es diesbezüglich leider nicht sehr viel zu lesen. Aber ich will Ihnen noch eines mit auf den Weg geben. Ich will Ihnen nur noch einmal sagen, täuschen Sie sich nicht, die migrantische Bevölkerung wird sich mit ihrem Gesetz auf gar keinen Fall abspeisen lassen, sondern sie wird jetzt umso vehementer für ihre Rechte und für das Wahlrecht kämpfen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden natürlich die dritte Lesung des Gesetzes beantragen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Sönmez. – Nächster Redner ist der Kollege Richter für die Fraktion der AfD. Da hatte Herr Scholz diesmal Glück gehabt. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Angesichts der Situation, in der wir uns in Hessen befinden, möchte ich mich bei der zweiten Lesung dieses Gesetzentwurfs von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN sehr kurz halten. Das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften geht auch in der zweiten Lesung völlig an den Bedürfnissen der Ausländer in unserer Gesellschaft vorbei. Anstatt dies schlicht zu beenden und den Ansatz der Integrationskommission aufzugeben, bleiben sie exakt der Vorlage, die als Abschaffung von Ausländerbeiräten, brutaler Abbau demokratisch verbriebter Rechte, Wuchtbruch und Herabsetzung in Hessen lebender Ausländer, so bereits früh vom Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte genau beschrieben wurde, treu. Meine Damen und Herren, einen Gesetzentwurf entgegen der Ausländer hervorzubringen und durchzusetzen, der für Ausländer ausgelegt sein soll, halten wir für einen völligen Unsinn. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Richter. – Nächster Redner ist Günter Rudolph für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf umfasst in der Tat viele Tatbestände, manche unproblematische, also die Verkürzung von wie lange man in der Gewuhne wohnt, um wahlberechtigt zu sein. Das sind vernünftige Vorschriften. Andere Sachen, wo die Rechtsprechung merkwürdige Entscheidungen getroffen hat, klären wir jetzt im Gesetzgebungsverfahren, dass Mitarbeiter von Verwaltung nicht an Magistratssitzungen teilnehmen. Manchmal fragt man sich schon, wie die Rechtsprechung Entscheidungen trifft. Da ist jeglicher Praxissuch überhaupt nicht mehr vorhanden. Das regeln wir jetzt im Gesetzgebungsverfahren. Das sind alles Dinge, die völlig unproblematisch sind. Aber der entscheidende Punkt auch in der politischen Auseinandersetzung ist das Stichwort Ausländerbeiratswahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren Bauer, vielleicht waren wir bei unterschiedlichen Anhörungen dabei. Anders kann ich Ihre Aussage hier nicht interpretieren. Kein einziger Vertreter der Ausländerbeiräte hat Ihren Gesetzentwurf für gut geheißen. Kein einziger. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dann kommt immer die Nummer von Schwarz-Grün. Weil einmal ein Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände etwas erklärt hat, was Ihnen passt, dann ist das in Ordnung. Wie oft haben Sie die Stellungnahmen der kommunalen Ebene ignoriert? Deswegen, Herr Bauer, hören Sie auf. Ihre Argumentation ist langsam armselig. Nicht ein Vertreter der Ausländerbeiräte hat Ihren Gesetzentwurf für gut geheißen. Ihre Begründung, die Wahlbeteiligung sei gering, ist eine, die stimmt. Aber was machen Sie denn dafür, dass die Wahlbeteiligung der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger steigt? Das muss doch der Ansatz sein. Die SPD-Fraktion hat einen Haushaltsantrag gestellt, um 7.500 € Mittel bereitzustellen, damit für die Ausländerbeiratswahlen Werbung betrieben werden kann. Das haben Sie abgelehnt, weil wir kurz vorm Scheitern der Schuldenbremse angeblich waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie glaubwürdig ist denn Ihre Argumentation, wenn Sie 7.500 € ablehnen, um mehr Werbung für Auslandsbeirat zu machen? Oh, das gefällt mir, Herr Präsident. Die Uhr läuft nicht mit. Ich habe jetzt Zeit. Das ist gut. Jetzt nutze ich es aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen, Herr Kollege Bauer, warum sind Sie nicht bereit, aus der Anhörung etwas aufzunehmen? Ich weiß, Sie haben sich politisch gegenüber den GRÜNEN durchgesetzt. Ein Wort zu den GRÜNEN. Das ist ja das Spiel, Frau Goldbach, vollmundig angekündigt. Da wird es Änderungsanträge geben. Zu dem wichtigsten Bereich dieses Gesetzentwurfs ist mir gerade nichts. Grüne, Kreisverbände oder Mitglieder der GRÜNEN sagen, das geht so mit dem Gesetz gar nicht. Das wird ignoriert. Anscheinend kriegt man das in Wiesbaden schon gar nicht mehr mit von der GRÜNEN-Spitze. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die politische Teilhabe von ausländischen Mitbürgern und Mitbürgern, wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird, wird konterkariert. Wenn Sie eine Kommission einrichten – ein bisschen Kommunalverfassung für den einen oder anderen, der sich da nicht so auskennt –, ist ein Hilfsorgan des Gemeindevorstandes des Magistrats. Das heißt, wenn Sie eine Kommission einrichten, schaffen Sie die direkte Wahlmöglichkeit für den Ausländerbeirat ab. Das ist weniger Demokratie und nicht mehr. Das ist das völlig falsche Signal in Richtung unserer ausländischen Mitbürgermittel. Das ist ein völlig falsches Signal. Wir sind ziemlich fassungslos, dass man so beratungsresistent sein kann. Wir saßen stundenlang in diesem Plenarsaal. Dann stellt sich der Bauer, das schon fast dreist, hierhin und sagt, das ist alles ganz wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in was für einer Welt leben Sie denn da? Wir wollen, dass mehr politische Teilhabe notwendig ist. Kollege Semmer hat es angesprochen. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir brauchen die Teilhabe. Direkte Demokratie ist ein Schlüssel, um Extremismus auch zu bekämpfen. Sie machen weniger direkte Demokratie möglich. Das ist ein völlig falscher Ansatz. Die GRÜNEN haben an der Stelle politisch den Preis bezahlt, weil sich die CDU durchgesetzt hat. Das kann man ganz nüchtern betrachten. Das ist das Ergebnis und die Konsequenz. Deswegen ist das eine schwere Niederlage für die GRÜNEN, die sonst beim Thema Integration immer angeblich vorbildlich sind. Herr Bauer, was soll denn eigentlich der Hinweis auf andere Bundesländer? Wir sind der Hessische Landtag. Wir entscheiden über hessische Angelegenheiten. Hören Sie endlich einmal auf, abzulenken. Das ist langsam kindisch. Es gab durchaus auch das Angebot der Oppositionsfraktionen, den Teil abzudrehen. Das hätte man machen können. Den Teil hätten Sie abzudrehen können. Andere Dinge sind Fristen zu beachten. Das macht durchaus Sinn. Aber den Teil, der politisch so umstritten ist, hätten Sie abkoppeln können. Das hätte man machen können. Sie wollten es politisch nicht, weil Sie sich an der Stelle einmal durchgesetzt haben. Das ist nicht in Ordnung. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Aber der Sache dient es nicht. Das ist das eigentlich Fatale. Wir haben vorhin einen Milliardenhaushalt beschlossen in einer schwierigen Situation. Ja, ganz normal auf der Tagesordnung. Herr Kollege Bellino, außergewöhnlich ist uns das gelungen. Ich unterstelle zumindest fünf Fraktionen, dass die Teilhabe von ausländischen Mitbürgern wichtig ist. Warum lassen Sie uns nicht gemeinsam eine Lösung zu suchen, um dies zu verstärken, um dies zu ermöglichen, um dies zu verbessern? Warum lassen Sie uns auch nicht da diesen gemeinsamen Ansatz machen? Deswegen haben Sie die Chance, weil die dritte Lesung ist beantragt, noch einmal in sich zu gehen. Ich habe wenig Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn es Ihnen um die Sache geht, sind wir bereit, mit Ihnen auch an jeder konstruktiven Lösung mitzuarbeiten. Aber das, was Sie hier machen, ist das völlig falsche Signal. Wie kommen sich denn die Kolleginnen und Kollegen der Ausländerbeirate vor? Sie sitzen hier im Plenarsaal stundenlang. Kein einziger redet gut über diesen Gesetzentwurf, und Sie stellen sich hin. Das ist alles bestens, weil bundesweit einmalig ist. Meine Damen und Herren, das ist eine schwarz-grüne Welt, die nur in den Vorstellungen der CDU offensichtlich existiert. Deswegen lehnen wir diesen Gesetzentwurf natürlich klar ab. Es gibt noch einen weiteren Inhalt dieser Punkte, den ich durchaus sagen will, wo es auch um kommunale Selbstverwaltung geht. Wir lehnen den Punkt ab, dass die Rechnungsprüfungsämter für den Rechnungshof tätig werden sollen. Das ist ein klassischer Fall der Konnexität. Das ignorieren Sie, weil die Kommunen nicht mehr in der Lage sind, immer weiter zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Deswegen lehnen wir auch diesen Punkt konsequent ab. Das haben die kommunalen Vertreter auch in der Anhörung klar benannt und abgelehnt. Aber das haben Sie wahrscheinlich nicht gehört, weil Sie es nicht hören wollten. Das ist ein inhaltlicher Punkt. Wenn Sie Aufgaben verlagern, müssen Sie auch die finanziellen Ressourcen den Kommunen dafür zur Verfügung stellen. Es kann nicht sein, dass die kommunale Aufgabe für den Rechnungshof mit eigenem Personal und eigenen Ressourcen wahrnimmt. Deswegen ist das ein inhaltlicher Punkt. Konnexität gilt. Wer die Musik bestellt, der hat sie gefälligst auch zu bezahlen. Das sollten Sie endlich einmal akzeptieren, Herr Kollege Bauer. Deswegen ist das ein weiterer inhaltlicher Punkt, wo wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Er ist in die dritte Lesung und in die dritte Beratung gegangen. Sie haben Zeit, zu überlegen. Denken Sie wirklich einmal nach, was Sie im Bereich der Integrationspolitik leisten, wenn Sie den Gesetzentwurf verabschieden. Das ist der völlig falsche Ansatz. Deswegen muss er korrigiert werden. Das werden wir dann gegebenenfalls mit den entsprechenden parlamentarischen Mitteln versuchen. Da muss auch jeder einzelne Abgeordnete im Zweifel sagen, wofür er ist. Dann kann er sich nicht auf die kommunale Ebene zurückziehen. Ich will da etwas anderes in Wiesbaden. Nein, insbesondere die GRÜNEN tragen Verantwortung für einen völlig falschen Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN ist die Kollegin Eva Goldbach. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu Beginn einmal Horst Köhler mit dem Satz zitieren, die Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Genau das haben wir getan. Wir haben uns die Wirklichkeit betrachtet, und die sieht so aus. Bei der letzten Ausländerbeiratswahl 2015 in Hessen hatten wir 119 Pflichtgemeinden, das heißt 119 Gemeinden, die mehr als 1.000 ausländische Einwohnerinnen und Einwohner hatten. In 43 von diesen Pflichtgemeinden kamen keine Wahlen zustande, weil sich niemand zur Wahl gestellt hat. Weiterhin hatten wir eine Wahlbeteiligung mit einem neuen Tiefststand 2015 von 6 %. Deswegen haben wir gesagt und das auch in unserem Koalitionsvertrag vereinbart, dort ist Handlungsbedarf. Denn bei der Entwicklung der hessischen Kommunen sieht es so aus, dass wir zu den bereits bestehenden 119 Pflichtgemeinden weitere 60 Pflichtgemeinden erwarten zur nächsten Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, die diese Grenze erreichen. Wir, die GRÜNEN und die CDU, wollen, dass in jeder hessischen Pflichtgemeinde eine politische Beteiligung von Ausländerinnen und Ausländern stattfindet. Mir konnte bisher niemand erklären, wie die mangelnde Beteiligung bei den Ausländerbeiratswahlen oder das Nichtstattfinden verbessert werden könnte. Das Grundproblem ist nämlich, dass Wahlen und vor allem das sich zur Wahl stellen eine Bereitschaft voraussetzt. Es ist freiwillig. Das ist eben das Wesen von demokratischen Wahlen. Ich habe eben die Zahlen genannt. In vielen Gemeinden in Hessen, in einem Drittel der Pflichtgemeinden, gab es niemanden, der oder die sich zur Wahl gestellt hat. Wir können niemanden zwingen, zur Wahl zu gehen. Deswegen müssen wir überlegen, und das ist unsere Verantwortung, wie können wir, auch wenn keine Wahlmangelsbeteiligung stattfinden, eine politische Beteiligung der Ausländerinnen und Ausländer gewährleisten. Genau das wollen wir mit der Integrationskommission machen. Wir haben sie so konstruiert, dass sie eine praktisch wirksame Vertretung der Interessen der Migrantinnen und Migranten gewährleistet. Sie ist pluralistisch und paritätisch zusammengesetzt und hat die gleichen Rechte wie die Ausländerbeiräte. Hier sei noch einmal erwähnt, dass wir auf zwei wesentliche jahrelange Forderungen der AGAR eingehen, nämlich die Verlegung des Termins der Ausländerbeiratswahlen auf den Termin der Kommunalwahl. Zweitens. Wir räumen Ihnen ein Antragsrecht ein, zu dem selbstverständlich auch ein Rederecht zur Einbringung der Anträge gehört. Das heißt, an dieser Stelle zeigen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf deutlich, dass wir an einer Stärkung der gut funktionierenden Ausländerbeiräte interessiert sind und dies auch tun. Herr Pürsün, wenn Sie sagen, eine Kommission hätte sich schon immer irgendwie bilden können. Ja, es gibt die Kommission laut § 72 HGO. Entschuldigen Sie bitte, Herr Pürsün. Entschuldigen Sie bitte, Herr Pürsün. Es gibt schon immer die Möglichkeit nach § 72 HGO, aber nicht in der Form, wie sie jetzt im Gesetz steht. Denn das Wesen dieser Integrationskommission ist, dass sie besondere Befugnisse hat. Sie hat eine besondere Zusammensetzung. Sie muss mindestens viermal im Jahr tagen. Sie muss mindestens einmal im Jahr im Gemeindeparlament berichten über ihre Arbeit. Sie kann öffentlich tagen und vor allem die Zusammensetzung. Sie muss mindestens zur Hälfte aus ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern bestehen, und davon wiederum zur Hälfte sollen Frauen sein. Das ist also ein wesentlicher Unterschied. Wenn jetzt die Gemeinde die Entscheidung trifft, und das ist einer ihrer Hauptkritikpunkte, die Gemeinde trifft die Entscheidung, welche Form der politischen Beteiligung stattfinden wird, dann ist das ein bewusster Akt. Die Gemeinde entscheidet sich für eine Beteiligungsform. Dann kann die Gemeinde auch dieses Gremium nicht ablehnen. Ich habe oft gehört, gerade von der LINKEN und von der SPD, die Ausländerbeiräte würden abgelehnt. Nein, wenn sich eine Gemeinde für ein Gremium entscheidet, und das kann durchaus auch der Ausländerbeirat in Zukunft sein, dann entscheidet sie sich bewusst dafür. Das ist doch vielmehr ein Zeichen für eine konstruktive Zusammenarbeit als alles andere. Ich möchte noch einmal einigen Behauptungen der Opposition, die wir heute und im Innenausschuss gehört haben, deutlich widersprechen. Sie sagen, die Ausländerbeiräte sollten abgeschafft werden. Was wir jetzt schon erleben seit der Einbringung des Gesetzentwurfs, ist genau das Gegenteil. Ganz viele kommunale Parlamente erklären, die die Ausländerbeiräte haben, erklären, dass sie die weiterhin erhalten wollen, dass sie vertrauensvoll mit ihnen weiter zusammenarbeiten wollen. Beispiel die Stadt Gießen und viele andere. Mir ist bisher nicht eine einzige Gemeinde bekannt, die erklärt hätte, ihren Ausländerbeirat abschaffen zu wollen. By the way, das ist auch das falsche Wort, abschaffen. Das geht ja gar nicht. Sondern es muss eine Entscheidung getroffen werden, welche Form der Beteiligung stattfindet. Das muss auch einvernehmlich zwischen Gemeindevorstand und Gemeindeparlament geschehen. Eine einfache Abschaffung, so wie Sie das darstellen, kann es überhaupt gar nicht geben. Dann steht die Behauptung immer wieder im Raum, man würde in den Gemeinden lebenden Ausländerinnen und Ausländern die einzige mögliche politische Beteiligungsmöglichkeit wegnehmen. Schauen wir uns doch einmal die Ausländerbeiräte an. Erstens ist das nicht die einzige Beteiligungsmöglichkeit. Es gibt Parteien, Verbände und Gewerkschaften. Es gibt also eigentlich viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Aber vor allem ein Großteil der amtierenden Ausländerbeirätinnen und Beiräte, wobei ein Großteil tatsächlich auch Männer sind, es gibt wenige Frauen dort, sind deutsche Staatsbürger oder EU-Bürger. Die besitzen alle das Kommunalwahlrecht. Diese Darstellung, es gäbe keine andere politische Beteiligungsmöglichkeit, gerade dieser Leute, gerade der Ausländerbeiräte, die auch hier in der Anhörung saßen, ist schlichtweg falsch. Denn ein Großteil dieser Gruppe besitzt sehr wohl das Kommunalwahlrecht. Wir aber wenden unseren Blick auf diejenigen, die nicht laut waren und auch jetzt nicht laut sind. Ich glaube, genau das ist die Aufgabe von Politik, nicht das zu tun, was die fordern, die gerade am lautesten sind, um ein System zu erhalten. Wenn wir Systeme verändern, gibt es immer Schwierigkeiten, es gibt immer Widerstand. Wir sagen jetzt, dieses bisherige System wird verändert. Wir sehen da Widerstand, eben bei der AGAR und bei den Ausländerbeiräten. Aber wir hören nicht die ganzen vielen anderen Gruppen von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Einwohnerinnen und Einwohnern, die eben keine Bürgerinnen und Bürger sind. Die hören wir nicht, weil sie keine Stimme haben, weil sie bisher nie eine Stimme hatten. Genau das ist unser Anliegen und unser Ziel, allen Gruppen von Ausländerinnen und Ausländern in unseren Gemeinden, dort, wo wir zusammenleben, eine Stimme zu geben, sie zu hören. Das kann eben mit dieser Integrationskommission passieren, weil die Gemeinde aktiv auf die Gruppen zugeht. Sie bittet, Menschen zu benennen, die in diese Kommission kommen. Dann sitzen wir an einem Tisch mit Vertreterinnen und Vertretern des Magistrats, Gemeindevorstands und mit Parlamentariern. Das hat es noch nie gegeben. So ein direkter Austausch mit Parlament und Gemeindevorstand, also auch ein direkter Draht zur Verwaltung. Dort können dann ganz viele Fragen und Probleme des täglichen Zusammenlebens geklärt werden. Frau Kollegin, Sie müssten jetzt zum Ende kommen. Das ist eine große Chance, und wir werden dafür sorgen, dass in Hessen – das ist das übergeordnete Ziel – in jeder Pflichtgemeinde eine Beteiligung unserer ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner stattfindet. Vielen Dank, Frau Goldbach. – Für die Landesregierung spricht der Innenminister. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Da wir uns bei vielen der Fragen, die in diesem Gesetzentwurf geregelt worden sind, einig sind, will ich mich auf die streitigen Punkte ganz kurz beschränken. Es stimmt in der Tat – das haben die Redner hier richtigerweise vorgetragen –, dass viele Vertreter der Ausländerbeiräte bei der Anhörung gegen diesen Entwurf argumentiert haben. Das ist zweifellos so, und das ist unstreitig. Es ändert aber nichts daran, dass dieser Entwurf eines Gesetzes die politischen Einflussmöglichkeiten für Ausländerinnen und Ausländer zukünftig in den Städten und Gemeinden verbessert werden. Meine Damen und Herren, es werden zukünftig auch diejenigen, die bisher noch keine Vertretung haben, zukünftig in den Städten und Gemeinden mitreden können. Deswegen sage ich, dass wir die Ausländerbeiräte noch nicht überzeugt haben, weil wir der Überzeugung sind, dass wir die Vertretung der Ausländerinnen und Ausländer in den Städten und Gemeinden mit dem Gesetzentwurf verbessern werden. Meine Damen und Herren, das vorgesehene Optionsmodell ist von den Kommunalen Spitzenverbänden einhellig begrüßt worden, obwohl alle Gemeinden in die Pflicht genommen werden, eine Vertretung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger tatsächlich einzurichten. Das, was Frau Kollegin Goldbach gerade vorgetragen hat, ist richtig. Wir haben in 43 Städten und Gemeinden, wo eigentlich eine Vertretung hätte stattfinden müssen, keine Vertretung gehabt, weil sich niemand bereit erklärt hat, dort mitzumachen. In Zukunft werden aber auch in diesen 43 Städten und Gemeinden, und auch in denen, die jetzt noch dazukommen werden, weil wir mehr Ausländerinnen und Ausländer in Städten und Gemeinden haben und die über diese Schwelle hinwegkommen, werden wir in Zukunft auch jedenfalls ganz sicher eine Vertretung für Ausländerinnen und Ausländer in den Gremien der Städte und Gemeinden haben. Deswegen sage ich, es ist eine Verbesserung der Teilhabe von Ausländern in den Städten und Gemeinden. Insofern will ich die Fragen der Wahlbeteiligung hier nicht noch einmal ansprechen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir uns in den vergangenen Jahren nicht nur darum bemüht haben, sondern wenn man sich überlegt, wie auch die AGAR hier bei uns in Hessen finanziell unterstützt wird, glaube ich, können wir uns im Vergleich mit anderen Bundesländern, obwohl Sie ihn, weil er gerade im Moment ungünstig für Sie ist, Herr Rudolph, nicht zulassen, den Vergleich mit anderen Bundesländern. Wir können uns aber da sehr gut sehen lassen. Auch das dürfte unstreitig sein, wenn man sich die Haushaltszahlen angeht. Meine Damen und Herren, wir sind auf die AGAR zugegangen. Wir sind auf die Ausländerbeiräte zugegangen und haben gesagt, wir gehen auf Ihre langjährige, lang gehegte Forderung ein, dass wir eine Zusammenlegung mit den Kommunalwahlen ermöglichen, um Ihnen deutlich zu machen, dass Sie Teil der kommunalen Familie sind. Ihre Gremien, wenn sie in den Städten und Gemeinden gewählt werden, werden gemeinsam mit allen anderen Wahlen, die für die Kommunen wichtig sind, durchgeführt werden. Auch das ist ein wichtiges Zeichen. Das zeigt, dass wir auch hier auf die Ausländerbeiräte zugegangen sind. Dann gibt es eine Forderung, die so alt ist wie die Ausländerbeiratswahlen selbst, die Frage des Antragsrechts. Auch hier sind wir auf die AGAR und auf die Wünsche der Ausländerbeiräte zugegangen und haben Ihnen das jetzt ermöglicht. Sie können unmittelbar in die Gremien der Kommunen über ein Antragsrecht hineinwirken. Selbstverständlich ist es so, dass wenn Anträge gestellt werden können, dass diese Anträge dann auch begründet werden können. Das ist sozusagen eine Selbstverständlichkeit, die wir jetzt im Änderungsantrag festgelegt haben. Auch hier brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir sind hier auf die Ausländerbeiräte zugegangen. Wie gesagt, am Ende kommt dort mehr politische Teilhabe statt weniger heraus. Das ist auch das Ziel dieses Gesetzes gewesen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich noch einen Punkt aufgreifen, den wir im Änderungsantrag auch aufgenommen haben. Aus der Anhörung heraus, aus der Runde derer, die hier vorgetragen haben, der Oberbürgermeister der Stadt Hanau, hat, wie ich finde, richtigerweise darauf aufmerksam gemacht, dass die Regeln, die wir für die Mindesteinwohnergrenze, für die Kreisfreiheit dort angesetzt haben, natürlich für die Zukunft gelten müssen und nicht für diejenigen, die sich auf den Weg bereits gemacht haben, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Damit legen wir die Frage, wie das mit Hanau und der Kreisfreiheit ausgeht, ein großes Stück weit in die Hände des Main-Kinzig-Kreises, der Stadt Hanau in der Auseinandersetzung. Wir haben dort keine zusätzliche Hürde eingebaut. Ich finde, das ist ein wichtiges Zeichen, was dem Frieden am Ende auch im Main-Kinzig-Kreis und in der Stadt Hanau dienen soll. Deswegen will ich hier noch einmal deutlich machen, dass wir sehr wohl Anregungen, die in der Anhörung gegeben worden sind, auch aufgegriffen haben. In diesem Sinne, ich glaube, ein gleichwohl guter Gesetzentwurf, den wir aber, wie Sie das wünschen, noch einmal in einer dritten Lesung beraten wollen. Frau Kollegin Sönmez, will ich Ihnen schon sagen, ich hätte mir schon gewünscht, dass wir es heute verabschieden. Weil es nicht nur wegen der Regelungen, die wir bei der Ausländerbeiräte haben, sondern wegen all der kommunalrechtlichen Regeln, die wir dort verankert haben, eine gewisse Rechtssicherheit für die Kommunalwahl im nächsten Jahr gegeben hätte. Aber so ist es nun einmal. Wir werden dann im Mai in einer dritten Lesung den Gesetzentwurf erneut beraten und beschließen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. – Wir sind damit am Ende der zweiten Lesung angekommen. Die Fraktion DIE LINKE hat eine dritte Lesung beantragt. Ich gehe davon aus, dass wir den Gesetzentwurf in den Innenausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung überweisen. Es wird genickt. Dann machen wir das so. Und…